Jetzt gibt's nur noch uns und den Sport, Baby. Im Laufe der Geschichte will Manu aus Kevin das große, schillernde, papageienhafte Aushängeschild der ganzen Dart-Szene machen. Ich dachte, wann kriege ich diesen weichen Limmklumpen endlich zwischen meine Fingern? Ich bin ein Limmklumpen? Ja. Und dafür ist jede Menge hartes Training nötig. 49, 50! Kannst du nicht wenigstens eine Matte drunterlegen? Und auch ein komplettes Umstyling. Welcher Sack hat hier eigentlich einen Farbbeutel an die Omni geschmissen? Kevin will zur Dart-WM nach London fahren. Und die am besten noch gewinnen. Easy. Kevin hat ein Problem. Alles in allem mega Spaß. Und den wünsche ich euch jetzt auch in die Wespe. Exklusiv bei Sky.